Herzlich willkommen zu einem, wie ich finde, ganz besonderen Video, denn wir nähern uns gerade meinem persönlichen Highlight dieser Reise, nämlich Hawaii. Heute haben wir bereits den dritten von fünf Seetagen am Stück, das heißt, es fehlen nur noch genau zwei ganze Seetage, bis wir dann tatsächlich Hawaii erreichen. Wenn man so möchte, fahren wir gerade in doppeler bzw. sogar dreifacher Hinsicht nach Hawaii. Man spricht ja einerseits, wenn man von dieser Inselgruppe spricht, von Hawaii. Gleichzeitig ist diese Inselgruppe aber auch der US-Bundesstadt Hawaii. Und diese spezifische Insel, auf die wir gerade zufahren, nennt sich ebenfalls Hawaii. Jetzt ist da die Verwechslungsgefahr natürlich groß, von daher wird diese Insel Hawaii auch gerne einfach nur Big Island genannt. Von daher werde auch ich ab jetzt in diesem Video, wenn ich von dieser bestimmten Insel spreche, von Big Island sprechen. Ja, wie der Name schon vermuten lässt, ist Big Island die flächenmäßig größte Insel der hawaiianischen Inseln. Derzeit wohnen dort in etwa so 200.000 Einwohner und 45.000 dieser Einwohner leben derzeit in Hilo, der größten Stadt von Big Island. Und das ist auch die Stadt, auf die wir gerade zufahren, ganz im Osten von Big Island. Das hier ist heute ein hawaiianisches Essen, also ist ganz typisch in Hawaii. Diese Kombination aus Reis, Fleisch, einem Spiegelei und so einer braunen Bratensoße, also vermutlich Bratensoße. Wie sonst auch, natürlich auch dieses Mal ein Blick auf die Landkarte. Wir sind hier abends in San Francisco gestartet und seitdem für fünf Tage unterwegs hier rüber nach Hawaii. Und man sieht es ja auf der Karte auch ganz schön, die eindeutig größte Insel ist Big Island, wo wir hinfahren werden. Unglaublich, aber morgen sind wir jetzt tatsächlich auf Hawaii. Ich kann es wirklich noch gar nicht richtig glauben und ich freue mich einfach wirklich wahnsinnig. Und ja, die Temperaturen, die werden auch langsam schon richtig warm. Also was heißt richtig warm? Es wird deutlich wärmer und morgen gibt es wohl sogar 26 Grad. Also alles perfekt. Ja, ich wollte euch aber gerade ganz was anderes erzählen. Und zwar gibt es hier ja von Zeit zu Zeit auf dem Pooldeck so zusätzliche Mittagessens-Events. Und da hatten wir ja vor kurzem schon mal so ein hawaiianisches Essen und heute findet wieder sowas statt. Und es gibt erneut ein anderes, ja, landestypisches Essen von Hawaii, nämlich Pokéball. Für alle, die Pokéball nicht kennen, dabei handelt es sich im Prinzip um so einen, ja, Fischsalat mit Reis. Ja, ich würde sogar sagen, man könnte vielleicht im weitesten Sinne sagen, dass es so ein bisschen ist wie Sushi, nur halt eben nicht gerollt. Denn der Fisch ist roh. Und ich esse ja auch ganz gern Fisch und heute ist es ja dann noch ein hawaiianisches Essen. Von daher freue ich mich jetzt ganz besonders aufs Mittagessen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt tatsächlich auf Hawaii angekommen, waren auch schon direkt beim Frühstücken und gehen jetzt gleich los. Wenn man hier mal aus dem Fenster schaut, dann wirkt es gerade sogar ein bisschen sonnig. Aber es hat auch schon die ganze Zeit geregnet. Von daher hoffe ich jetzt wirklich, dass das Wetter sich positiv entwickelt. Wir haben für heute einen Mietwagen gebucht, den werden wir jetzt gleich am Flughafen abholen. Da steht er nämlich. Und dann werden wir mal in Richtung Norden an der Ostküste entlangfahren. bis zum nächsten Mal. 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 Wir sind an unserem ersten Aussichtspunkt. Direkt noch hier in Hilo. Also man hat hier noch einen Blick auf die Stadt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Man fährt hier immer wieder über so Brücken, wo man gar nicht richtig merkt, dass es Br духen sind. Wo dann einfach so rechts und links von der Straße ein großes Tal ist und die Natur ist wirklich der Hammer. Also da stehen dann wirklich wahnsinnig viele Palmen. Es ist total Richtig, richtig schön. Wir gehen jetzt zuerst zu den Kahuna Falls. Das sind so die weniger bekannten Wasserfälle hier in diesem Gebiet und danach zu den Akaka Falls. Das ist jetzt auch kein besonders weiter Weg, also das sind nur so, ich glaube, eine halbe Meile oder so. Musik 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 Also hier auf Big Island ist uns jetzt auf jeden Fall schon aufgefallen, dass echt alles so groß ist, also diese ganzen Gewächse, die man auch so von Deutschland kennt. Also zum Beispiel Bambus, der ist extrem dick und riesengroß, da unten diese Blätter oder auch da die Bananen. Musik 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 Unglaublich die Natur, also hier ist jetzt der Wasserfall zu sehen und der ist einfach echt riesengroß, also man sieht gar nicht, wo der dann unten aufkommt. Musik Musik In erster Linie besichtigt man ja hier auf Big Island eigentlich den Vulkan, der ist allerdings in die andere Richtung gelegen, von daher haben wir uns jetzt einfach doch für eine Sehenswürdigkeit entschieden und sind jetzt eben halt zu den Akaka Falls gefahren, weil mir persönlich zumindest einfach diese dschungelartige Natur dann doch besser gefällt als der Vulkan, auch wenn der Vulkan sicherlich auch sehr sehr sehenswert ist. Musik 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 Als wir gerade zu den Akaka Falls gelaufen sind, haben wir uns plötzlich gewundert, weil es einfach so aus dem Nichts von den Bäumen geregnet hat, also es ist halt runtergetropft und es war eigentlich blauer Himmel. Musik Und dann haben wir am Ausgang noch andere Leute vom Schiff getroffen und die haben uns erzählt, dass es wohl ein Erdbeben gegeben hat und das waren dann halt so Auswirkungen noch von dem Erdbeben und man hat es wohl an anderen Stellen von Big Island stärker gespürt. Ich muss euch jetzt noch kurz hier unser Auto zeigen, ich würde mal sagen, welcome to Jurassic Park, wir sind hier mit dem Jeep jetzt unterwegs durch den Urwald von Hawaii. Musik 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 Gutes Angebot, oder? Wir gucken auf diesen Rest e. shore da, zwei Packungen für 9 Dollar. Botschaft P cryptocurrency Park für 9 Dollar, zur Alternative stehen würden, hier einepunkte Packung für 6,79 oder hier drüben auch so ein Special Offer für 6,29. Jetzt habe ich doch noch ein günstiges Angebot gefunden für alle, die gern Chips essen. 2 für 7. Eigentlich 6,49 Euro. Unsere Ausbeute aus dem teuren hawaiianischen Supermarkt. Bleibt morgen. Die Vermeute aus dem Teuren begraben. Her machst du die perfekte E 히uen? Musik Wir sind jetzt doch noch in den Süden gefahren und nach einem kleinen Stopp im Supermarkt auch angekommen, hier in dem Hawaii Volcanoes National Park. Ja, hier sind zwei Vulkane, wohl auch relativ aktiv. Wir werden jetzt einfach gleich mal schauen, was hier zu sehen gibt. Und ja, sogar das Wetter ist wieder gut. Es hat nämlich vorhin ein bisschen geregnet und hier regnet es ja recht häufig. Also zum einen haben wir ja momentan Regenzeit auch vorbei und zum anderen sind wir ja in Hilo oder in der Nähe von Hilo. Und das ist zumindest laut einiger Internetzeiten die regenreichste Stadt der USA. Musik 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 Unser erster Stopp sind hier diese dampfenden Löcher und dieser Dampf, der ist richtig warm. Also man merkt auf jeden Fall, dass es ein Vulkan ist und es stinkt auch so ein kleines bisschen. Und auch hier hinter mir, ich hoffe, dass man es auf dem Video auch ein bisschen erkennen kann, ist es nicht so, dass es brennt, sondern es dampft halt einfach aus der Erde. Unser zweiter Stopp im Nationalpark ist hier der Kilauea Overlook. Kilauea ist der Name von dem Vulkan und dieser Krater, der ist wirklich riesig. Und man sieht halt auch wieder richtig gut, wie der dampft. Musik mit den Sehenswürdigkeiten hier in dem Nationalpark in die andere Richtung gefahren, also Crater Rim Drive nennt sich die Straße und sind jetzt hier wieder an einem Outlook über den Kilauea. Ich habe jetzt allerdings da nicht so viel gesehen, weil das ziemlich zugewachsen war. Also mal schauen, ob wir da noch einen guten Ausblick kriegen. Jetzt wird ein bisschen gewandert, also allzu weit wird es ja, glaube ich, nicht sein. Der Boden hier ist halt einfach komplett schwarz. Es ist richtig Lava. Die Landschaft, die ändert sich halt einfach extrem. Also da fährt man von, ja keine Ahnung, ein, zwei Kilometern noch durch richtig einen Urwald. Und hier ist es komplett, ja, wie eine Mondlandschaft. Und hier hatten wir schon wieder so einen guten Ausblick. Und ich glaube, man kann es gar nicht richtig erkennen. Aber ganz da unten, da laufen tatsächlich Leute spazieren. Die Wanderung war wirklich nicht so lang und wir sind jetzt auch noch ein paar Meter weiter gefahren mit dem Auto. Und hier sieht man mal nochmal die Lava ganz ganz anders. Der nächste Stopp ist die Lava Höhle. Und zwar hat hier die heiße Lava eine Höhle. Und zwar hat hier die heiße Lava eine Höhle. Höhle im Berg gebildet. Also allein der Weg zur Höhle ist schon wieder sehr, sehr schön. Wir nähern uns der Höhle und es wird schon etwas kalt. Musik 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 Schon sehr sehenswert und beeindruckend. So eine Lava Höhle. Es war auf jeden Fall richtig dunkel und es hat vor allem von der Decke getropft. Also es war kalt und auch relativ nass. Man könnte jetzt natürlich schon noch sehr viel länger in dem Nationalpark bleiben. Es gibt hier ganz ganz viele Wanderwege sowohl durch den Dschungel als auch über so Lava Felder. Für uns geht es jetzt wieder zurück in Richtung Hilo und wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Von daher schauen wir mal, dass wir doch noch das ein oder andere besichtigen. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Direkt hier bei Hilo befinden sich die Rainbow Falls. Also der Wasserfall, der macht jetzt auf jeden Fall doch mehr her als erwartet. Musik Musik Wir sind jetzt nur so 1,6 miles gefahren und sind jetzt schon direkt an den nächsten Wasserfällen. Und ja, es kommt einem vor, als sind die halt hier mitten im Wohngebiet. Und ich finde es auch ein Wahnsinn, auf was für einem kleinen Raum die Wasserfälle hier alles so zu finden sind. Musik Die Rainbow Falls und die Pee Pee Falls, bei denen wir hier jetzt gerade waren, sind beide übrigens in dem Wailuku River State Park. Der kostet aber keinen Eintritt. Das war heute einfach so ein traumhafter Tag. Die Insel hier ist wunderschön und ich finde, wir haben wirklich unglaublich viel gesehen. Wir werden jetzt langsam auch schon zurückfahren und dann das Auto abgeben. Ich habe jetzt heute, glaube ich, auch echt schon viel erzählt. Von daher will ich gar nicht mehr allzu viel zum heutigen Tag sagen. Verabschiede mich und freue mich dann aufs nächste Video. Musik